Man weiß, dass Personen, die zu Panikattacken neigen, grundsätzlich sensibler sind für innere physiologische Veränderungen. Also Leute, die zu Panikattacken neigen, nehmen eher wahr, wenn sich zum Beispiel der Herzschlag verändert. Wenn man zum Beispiel die Stecken auf sich steckt. Das ist eine normale Reaktion, das ist bei uns allen so. Wenn man die Stecken zum Beispiel auf sich geht, wird die Atmung schneller oder der Herzschlag schneller. Und Leute, die Panikattacken haben oder eher dazu neigen, nehmen solche Veränderungen sensibler wahr. Und es kann dazu führen, wenn die Leute die Veränderungen wahrnehmen, dass sie die negativ bewerten. Und zwar so bewerten, dass die Bewertung Angst auslöst. Indem sie sich zum Beispiel denken, oh mein Gott, hoffentlich habe ich jetzt keinen Herzinfarkt. Herzinfarkt oder was ist denn mit meinem Herz los, dass sie so schnell schlacht zum Beispiel. Und so eine Bewertung führt automatisch zu Angst. Und Angst geht mit weiteren physiologischen Reaktionen einher. Also es heisst, der Herzschlag wird noch schneller, die Atmung wird noch schneller. Man fängt vielleicht an zu schwitzen. Also es heisst, eine Angstreaktion trete auf. Und diese Reaktion wird dann wiederum bewertet. Oh mein Gott, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt habe ich einen wirklich kleinen Herzinfarkt. Hoffentlich breche ich jetzt nicht da, mittens auf der Strasse oder mittens auf der Strecke zusammen. Wer hilft mir denn? Und dieser Gedanke kann dann dazu führen, dass man am Schluss in einer Panik hängt, im Gefühl von Panik. Und das ist ein Zustand, wo es sehr unangenehm erlebt wird von der Betroffenen. Was sind die Ursachen von meiner Panikattacke? Ja, möglicherweise tendierst du dazu, zum physiologischen Veränderungen im Inneren von deinem Körper, also körperliche Reaktionen, sensibler wahrzunehmen. Also es heisst, wenn du zum Beispiel Steggen auflaust, nimmst du vielleicht eher wahr, dass dein Herzschlag schneller geht. Das ist eine normale Reaktion. Das haben alle für uns. Also wenn wir uns körperlich betätigen, zum Beispiel wird die Atmung schneller, der Herzschlag wird schneller. Und möglicherweise bist du jemand, der sehr sensibel das wahrnimmt. Und jetzt kann es passieren, wenn du so eine Veränderung wahrnimmst innerhalb von deinem Körper, dass du dich negativ bewertest oder sehr angstbesetzt bewertest. Also Gedanken hast, die Angst in dir auslösen. Zum Beispiel ein Gedanke, was ist mit meinem Herz los, dass das jetzt schneller schlacht. Hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Und so ein Gedanke kann dazu führen, dass die Angst steckt. Also es heisst, dass das Herzrad noch mehr rauf geht oder du anfängst zu schwitzen. Ja, oder dich vielleicht schon langsam benommen fühlst oder schwindelig fühlst. Und wenn du die Reaktion dann weder negativ bewertest und dir zum Beispiel denkst, oh mein Gott, jetzt ist ein wirklicher Herz im Fakt, wer hilft mir jetzt, wenn ich da auf der Strasse, die Semmerkeit zum Beispiel, kann es passieren, dass du am Schluss in einem Zustand von Panik endest. Und das ist ein Zustand, der sehr negativ erlebt wird. Bei einer Panikattacke ist es so oftmals so, dass eine soziale Komponente eine Rolle spielt. Das kennst du vielleicht auch. Dass man sich zum Beispiel denkt, oh, jetzt möchte ich aber unbedingt nicht, hoffentlich wäre ich jetzt da nicht ohnmächtig, weil ich würde mich ja vor allen Dingen plamieren. Wenn ich jetzt gerade da vor versammelter Mannschaft jetzt herangeheite, denke ich. Oder andersrum, oh, hoffentlich passiert mir jetzt genau da nichts, weil wer hilft mir, denn es ist ja niemand da, der mir helfen kann. Also oftmals ist auch eine soziale Komponente dahinter, hinter der Panikattacke, die dann die Angstreaktion noch verstärkt.